und herzlich willkommen zur dritten folge warox auf meinem kanal ja und wir 321 ja dies was immer hier ja ich hab ja ich hab auch schon so kommen ich brauche warte wo ist der offen wo ich den offenen gestalt erfolge ich hab auf jeden fall gerade schon was reingelegt ich hab auf jeden fall mächtig eisen erfinden macht gerne aus dem eisen was da ist und dann bräuchte ich ein bisschen holz ich mach mir lass mir mal zwei eisen übrig dann bin ich jetzt schon mal drei viertel ein und jetzt werden wir doch ein helm dass man dann direkt nächste folge fighten nein wir sind dann schon alle für einen das war kannst du drei eisen ich habe drei eisen gebrauchte holz ja heute muss man bitte lass mal zwei freibend ist man es nicht ein das ist schwarze viel mehr zeit na so macht's mehr weil es kann auch sein dass er drüber ein was ich meine nur wer ist hier derjenige der nie projektes finale kam ich nein ich was keine ahnung ich ich in allen fünf waren projekten wo ich dabei war kann ich erinnern war ich nicht dabei da war ich nicht dabei da hab ich den start verpasst da war ich eigentlich da war ich eigentlich mit random im team ja noch mal das war vier glaube ich das war vier glaube ich das war vier glaube ich das war nicht ich hab lauer ich hab lauer eisen eisen eis nehm ich direkt mit ähm so du bau du mal nach rechts auf äh nach links das ist ja cool hardware ach eisenschmerzen hier haben wir doch schon längst gemacht haben wir uns das schiefen überhaupt bekommen was oh fuck oh cool komm her äh wir brauchen einen Eimer ja gut red wenn du herkommen konntest mit eisen wir haben hier wir haben eine gute Höhle wir haben eine gute Höhle Schmiedschacht nice komm spüren komm sofort her Schmiedschacht ja wartet hier ist noch eisen drin was getan ist ja nimm mit und dann komm her Schmiedschacht und so viele Lava sehen alter wir sind lucky ja ich komm sofort ich sag noch kurz bis die Öfen fertig sind also übrigens Leute ich bin jetzt full iron und habe eisenschacht ja wir nicht hey Luca warte ja ja wir warten noch kurz bis spüren da ist aber wir können schon mal langsam gucken ok gehen wir hier runter es ist dann nach rechts beim ersten Lava sie ok ich komme ich komme wir ließen schon so hart an dir ist vorbei genau das war jetzt einfach bis zum Ende durch oder wie ähm also bis zum Ende durch da müsste dann Lava kommen und dann nach rechts haben wir den Weg gebaut ja ich seh den Namen ah ja ich seh es voll Spinnenspauler ich bau den mal ab das wird mir zu gefährlich sonst wir werden den auch noch gut benutzen können eigentlich aber ne 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 das ist mir dann durch zu was kann um XP zu formen ne wir bauen dann halt dringend einmal ich hab gehört wir bauen ne Redstone Falle wir bauen ne Redstone Falle wir bauen ne Redstone Falle wenn du was willst gerne das können wir ganz einfach Leute kennen aber wir müssen halt beachten wegen den Abstand zum Spunnen und jetzt ist eigentlich was Spunnen fährt ach so das geht ja voll oder es geht ja es geht ja ja alles klar wir müssen hier so also du kannst dann langsam schon mal anfangen für uns auch Rüstung zu machen in diesem Minen verwirre ich mich immer warte spüren warte warte fang ich gebe dir mal ein bisschen Eisen fang schon mal an für uns Rüstung zu machen ja ich mach ich mach und Eimer ganz wichtig Eimer ja Eimer mach ich eh schon grad ich hab eh hier noch was was ich gezogen bringt alles an Redstone mit weil oh mein Gott Gold geil ja Redstone bringt XP ich mach mal so mehr auf jeden Fall auf jeden Fall ich bin in mir ich mach mal direkt sechs Eimer also erstmal mach ich nur zwei aber ist dann jede Einnahme und ein Wasser aber Alter was ist denn dass das alle reconnecten müssen da vorne ist Lava hier habt ihr Eisen übersehen ja Eisen habe ich jetzt nicht alles mitgenommen weil ich auch nicht aber immer hat dann zu viel nur Eisen Amboss voll Eisen ja trotzdem ich brauch jetzt auch keine 20 Decks persönlich alles klar meine Picke ist grad zweimal kaputt und ich kann es immer benutzen super Kiste Lapis und Eisen ob er äh obwohl es geht hätte was Besseres können ja natürlich aber noch ein Spawner oh hier war auch eine Kiste soll ich den diesmal lassen in Spawner obwohl ich muss da durch soll und ok ich bin voll äh welche Rüstungteile brauche alle ich brauche nur noch Hose und Schuhe ok dann bist du schon auf den eigenen jetzt und deine Rüstung machst dann gleich ich will sagen wir wollen uns hier dann erstmal die Base auf platzieren an unserer Teamkiste Schlucht gefunden Lois vielleicht nehmen wir da Dias ja das Schlucht auf Höhe 20 vermut man nicht also Leute ähm hier in der Teamkiste schau mal deine Rüstung Starlord ok ok er nimmt diesmal auch auf perfekt Lukas unter mir ok geht es weiter mit dem Minenschacht ach naja schön jetzt sind die Erkennungsbefekt ja ich würde sagen wir sollten sehr sehr viele aber Dias oh nein sehr gut also lass wie viele wie viele drei drei vier sechs 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 Dias wir machen uns wie heißt das Dias Dias Schuhe nein nicht Schuhe bist du blöd Nein ey Pickel und Zaubertisch Pickel und Zaubertisch natürlich also alles andere wäre blöd ok wir sind jetzt alle ja wir sind jetzt alle ja wir sind jetzt alle von Iron Seid ihr da gerade irgendwo bei mir? äh keine Ahnung ja ist da los? ja hier bin ich ja wir waren ich war durch die Wand hier durch ich war mich mal da werde ich komm hier rum hier oben liegt deine westliche Rüst ok perfekt dann geht dir warte mach dir noch ein Schwert hier eben da noch ist da noch da ist noch eben ein Eisenschwert perfekt ach so du hast schon eins ne hab Steinschwert also ja gut ich finde deine Rüstung liegt ja auch drin ich hab übrigens die Koordinaten gestürzt ich will dann gleich was wie lange geht das Projekt eigentlich? hä? die Nien schafft unter äh höhe 11 ok aber interessant ich weiß jetzt nicht ich hab nochmal einen Eispicker gemacht hier irgendwie guck mal hier unten guck mal weiter oben zwei Kisten nebeneinander das ist ja ganz was Gutes drin bitte in dir nein nur Kohle und Kohle aber meine dann zieht's warte Leute hier vorne war ja ein Lavasee wir können wir können wir können ich noch eine Kiste komm dir ist dir ist dir ist dir ist und noch eine Kiste wieder zwei Kisten wir möchten eisen komm ne wo sind doch noch die ersten bestimmt es wäre traurig wenn nicht ne das wäre mir trotzdem fixe Alligator ist gestorben gg gg ich kann uns auch gleich schon einen Goldapfel machen wenn wir Ätzeln hätten wir werden ja richtig glück beim Boden wenn wir uns auch die nächsten jahre sind es ist es halt immer so traurig beim Varo-Projekt das direkt alle die man kennt verrecken also ich habe die Koordinaten gescreenshot ja wenn ich nochmal die Varo-Projekt ich bin ja auf Bedwalk Höhe also ich seh Bedwalk ich seh euch ich seh euch ich bin sehr frei genau ich bin in Höhe 2 Dias auf Höhe 2 als ob als ob habt ihr hier schon diese Mine gehabt nein Pumpkin skits nicht da die Pferde erlaubt ja die Pferde erlaubt wieder vier Pferde sind erlaubt Alter Alter ja Leute dann nächste Folge würde ich sagen da kann man kann man uns dann schon mal eine Enchante machen wir uns dann schon mal Eisen äh Dias und so dreht für mich eigentlich eine Eisenrichtung äh ja in der Kiste ich hab auch Dias also warte lass mich auch rein abbauen bitte mach ne gut ich lass dir einen übrig ich bleib hier und warte auf dich warte warte äh ich hab jetzt 6 im Inventar und der siebte ist hier oh das ist ins 8 es ist in 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 8 ich bin ich bin ich bin gleich der weiter meint er noch einmal 1 es ist noch aufsammeln dann bekomme ich das schiefer vielleicht okay dann bei es auf okay schade gleich auf dir auf okay leute äh alle ich würde sagen schnell vor ihm wenn ich wüsste wo sie wär weil ich muss nicht sagen vorne ist sie schnell komm noch zu Team Chess ich geh schon mal zu Team Chess ich bin Lizzie vorne ist sie ich habe gehört wir nehmen dann was wann wann muss der erste Fall geholfen werden morgen ne ne übermorgen also Weihnachten jo jo warte jetzt muss er also wie viele DS haben wir jetzt ich habe 10 ah da oben ist übrigens dein 18 und dein Schlaf vielleicht wäre mit insgesamt 18 unten rechts ist auch eine Pickel falls jemand vor warte hier noch das euer Pickel wäre gut äh ich fang mal meinen ganzen Dreck mal hier mit rein ja Alter wir sind so richtig krass er passt auf nicht reinlegen wenn wir reinlegen mit überrasch ey leute am besten stellen wir uns alle hier auf die Kiste weil die können ist wir safe noch ist wir safe noch die können sie sich aber auch mit dir für diese Sachen nicht erbauen dazu wäre hier safe falls wir uns eben im Eingrund uns finden würden dann wäre Finn jetzt tot und wir wollen leben ah ok egal Leute egal Leute ja genau das war's das war's tschau bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal